Moin Leute, was geht ab? Das neue Update ist am Start. Wir gucken uns mal an, was alles neu im Spiel drin ist, Leute. Als allererstes natürlich Neymar. Er wurde jetzt freigeschaltet, beziehungsweise wir müssen ihn freischalten mit ganz vielen kleinen Aufgaben, die wir bekommen haben, wo wir viel mit dem Fußball machen müssen. Mit einem neuen Spielzeug, da bekommen wir hier einen Ladebildschirm, Neymar selbst als Skin und natürlich die ganzen restlichen Items hier wie Backbling, Spitzhacke und natürlich hier dieser ultra heftige E-Mode, wo er sich verwandelt in diesen Power Ranger Transformer. Keine Ahnung, sieht aus wie so eine... Erinnert mich so ein bisschen an Black Panther irgendwie, oder? Was meint ihr? So vom Anzug her, das sieht halt richtig brutal aus. Mega korrekt das Skin, aber ich muss halt sagen, so ein bisschen enttäuschend, also ich meine, wir wussten, dass er reinkommt als Secret Battle Pass Skin, aber ich hätte mich trotzdem eher gefreut, wenn es irgendwie ein Story Skin gewesen wäre, einer von den sieben oder irgendwas in diese Richtung, aber vom Skin her, so alleine rein optisch, sieht er schon überragend aus. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Skin, der jetzt neu freigeschaltet wurde und zwar hier Raz, der neue Style der Glyphenmeister, den ich schon freigespielt habe durch die neue Spire-Aufgabe. Die Spire-Aufgabe gucken wir uns im nächsten Video an, dort gucken wir uns mal die Story an, das ist nämlich ziemlich interessant, warum Raz hier korrumpiert wurde, denn das spielt man in dieser ganzen Story, also wenn ihr die Geschichte nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Im nächsten Video gucken wir uns das mal im Detail an, da reden wir so ein bisschen darüber, auch was diese Spuren hier sind, also diese Spektralspuren, die wir hier sehen. Das wird in der Story so ein bisschen alles gezeigt, was das alles darstellen soll. Dann haben wir zwei neue Orte im Spiel, Leute, und als allererstes Batman. Seine Höhle ist es nicht wirklich geworden, also es ist eine Hütte und keine Höhle, aber es ist trotzdem eigentlich ganz cool. Und zwar hier in der Nähe von Slurpee, hier quasi in diesem Sumpf, befindet sich seine Hütte, die wir übrigens natürlich auch schon im Comic gesehen haben, beziehungsweise im Preview, weil diese Hütte sehen wir erst im Comic Nummer 2. In Comic Nummer 2 wird es übrigens, bevor wir jetzt mal reingehen, einen neuen Gleiter geben. Den Gleiter blende ich euch gerade mal hier ein, das ist der Zero Wing Gleiter. Wenn ihr euch den zweiten Comic holt, bekommt ihr den als Belohnung. Und wenn der Comic rauskommt, werde ich natürlich die Story dazu machen. Eventuell gibt es da wieder mal ein paar Comics zu gewinnen. Die Comics vom letzten Video, von der letzten Story, die sind schon weg, also quasi die sind verlost worden. Da habe ich in den Kommentaren den Leuten ein Herz gegeben, weil es schon häufiger danach gefragt wurde. Also die Comics sind schon an die Gewinner quasi raus. Aber das ist jetzt hier diese, ja, ich will die ganze Zeit Höhle sagen, wegen Batcave, aber ist es natürlich nicht. Es ist hier so eine Hütte, die er sich aufgebaut hat, weil ich meine, dann muss ich hier jetzt so eine Art Zuhause machen und viele Charaktere haben ja ihr eigenes Haus. Also gerade so besondere, gerade in der Marvel-Season hatte ja eigentlich fast jeder sein eigenes Haus. Oder wie Tony Stark, der hat eine ganze neue Insel gehabt, die er sich geholt hat. Oder Dr. Doom mit seinem Schloss. Aber das hier ist eigentlich so relativ wenig los. Das komische ist halt, es ist wie so eine Art Kombination aus, das wurde bei uns im Stream vorhin gesagt, aus Deadpool, Thor und Batman, weil hier überall so Flaschen rumstehen und dieser Slurp-Juice könnte halt so ein bisschen zu Thor passen, zu dem dicken Thor. Dann haben wir hier dieses Lama-Einhorn, was ja eigentlich von Deadpool eigentlich ist. Und natürlich hier die Battle-Ranks, die hier rumstehen an diesem ultra-nicen, modernen Computer, den sich Batman hier geholt hat. Irgendwelche Pläne hat er hier. Also ich glaube, er versucht hier an dieser Tafel, genauso wie Tony Stark damals rauszufinden, was mit ihm eigentlich passiert ist, wie das auf dieser Insel abläuft. Leider können wir hier auf dieser Tafel aber nichts lesen. Das war ja bei Tony Stark damals anders. Dort konnte man wenigstens auf die Tafel gucken und hat dort die ganzen Schriften und Symbole, alles mögliche erkannt. Aber hier sind halt einfach nur irgendwelche Kreise und irgend so ein Wirrwarr, der hier geschrieben ist, den man halt absolut nicht lesen kann. Ansonsten hier auf dem Dachgeschoss befindet sich eigentlich auch nichts mehr. Also das ist jetzt seine Höhle, wo er, ich sag immer wieder Höhle, seine Hütte, wo er ganz alleine jetzt lebt oder vielleicht mit Catwoman, je nachdem. Aber ich glaube, er ist erstmal ein Alleingänger und hier hat er sogar eine Satellitenschüssel, wo er versucht, irgendwelche Signale zu empfangen. Aber das ist jetzt hier der erste neue Ort. Der zweite befindet sich in der Nähe und es ist sehr eigenartig, was der zweite Ort, was den zweiten Ort angeht. Und zwar befindet sich hier unten unter der Flush Factory. Und zwar hier diese neue Insel. Die taucht aktuell auf der Minimap noch nicht auf. Aber in den Leaks hat man schon gesehen, dass es eine Minimap gibt, wo dieser Ort auftaucht. Das heißt, dass diese Insel auf der Minimap quasi verfügbar ist. Und hier gibt es aktuell noch nichts. Hier steigt Dampf einfach auf auf dieser Insel. Und wir haben hier eigentlich nur Stein. Ansonsten ist hier absolut auch gar nichts. Die Insel erinnert auch an nichts, außer an eine Bohne vielleicht, die ein bisschen krumm ist. Aber ansonsten gibt es hier erstmal nichts. Aber ich denke mal, dass an dieser Stelle noch irgendetwas passieren wird. Ich meine, es kommen ja noch weitere Charaktere auf unsere Karte. Harley Quinn ist ja jetzt schon da, verfügbar als neue Skin durch die Comics. Wir wissen, dass Catwoman vielleicht einen neuen Style bekommt. Sie sieht ja anders aus in den Comics. Dann noch Deathstroke und Deadshot. Von denen wissen wir safe. Aber es kommen noch weitere Charaktere. Ich glaube, zwei mindestens noch, von denen wir aktuell noch nichts wissen. Und vielleicht bekommt einer von diesen Charakteren ja hier irgendwie einen Stützpunkt oder so. Aber ansonsten, ich kann mir das gar nicht erklären. Vor allem, warum hier auch irgendwie so Qualm aufsteigt. Irgendwie sowas in die Richtung, als wäre das irgendwie heiß. Keine Ahnung, ob hier irgendwie ein Vulkan entsteht. Wäre eigentlich ganz witzig, nochmal so eine Vulkan-Season zu haben. Aber das ist halt wirklich sehr komisch. Also das ist momentan so der Mystery-Ort in diesem Update, weil wir absolut keine Ahnung haben, was hier jetzt aktuell passieren wird. Also müssen wir das Ganze erstmal beobachten und zusehen. Ansonsten gibt es natürlich einen neuen Boss und zwar Raz, der jetzt bei Spire rumlungert. Und ich sage es euch, Leute, dieser Boss-Fight ist einfach richtig brutal. Er hat eine neue Fähigkeit, er kann euch das Leben absaugen und sich damit selber heilen. Also ihr müsst bei ihm auf Distanz bleiben. Es geht einfach nicht gut aus, wenn ihr zu nah reingeht. Und er hat noch natürlich den neuen mythischen Boom-Bogen dabei, den er sozusagen droppt, wenn ihr ihn eliminiert. Aber das ist richtig, richtig schwer, ihn zu eliminieren. Er portet sich auch hin und her. Er hat richtig viele Fähigkeiten. Und dann natürlich der maximale Schaden mit dem mythischen Boom-Bogen, der richtig heftig ist. Das ist quasi das neue mythische Item, was wir jetzt im Spiel haben. Jedes Update ändert sich ja das mythische Item in der Mitte. Komischerweise hat sich aber auch der Boss in der Mitte geändert. Also jetzt ist Raz als Boss da. Aber wie gesagt, die Geschichte um ihn gucken wir uns im nächsten Spire-Story-Video an. Das ist das erste neue Item und mit dem neuen Boss, was wir bekommen haben. Das zweite neue Item, was wir gekriegt haben, ist bei Raven. Bei ihr können wir jetzt den neuen Bogen bekommen. Und zwar ist es eine Art Glitch-Bogen. Bei dem Bogen ist es nämlich zufällig, welchen Schuss ihr abgebt. Also ob es jetzt ein Boom-Bogen ist, ob es jetzt ein Kristallbogen, Stinkbogen, Feuerbogen ist. Es ist bei jedem Schuss sozusagen eine andere Munition. Oder der Bogen verändert sich bei jedem einzelnen Schuss. Ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Also der Bogen, den feiere ich eigentlich schon extrem. Vor allem, weil er quasi schon maximal ausgebaut ist. Also den kann man nicht weiter upgraden. Ihr müsst keine Sachen suchen, keine Knochen und so weiter. Und ihr habt immer alle Effekte eigentlich dabei. Also ihr könnt euch quasi immer auf euer Glück verlassen sozusagen. Je nachdem, was zum Effekt kommt. Aber ich meine, jeder Bogen ist ja irgendwo nützlich. Und somit habt ihr eigentlich jeden einzelnen Bogen immer dabei. Also das ist ein richtig cooler Bogen eigentlich, der jetzt neu reingekommen ist. Und dann nochmal ein kleines Update, was reingekommen ist. Und zwar wird am 4. Mai, also May the 4th, höchstwahrscheinlich ein Star Wars Modus reinkommen. Weil die ganzen Star Wars Sachen geupdatet wurden. Das heißt, diese Star Wars Waffe, diese Phaser Waffe, die wir drinnen hatten. Vielleicht auch die Lichtschwerter, die wir im Spiel hatten. Aber es wird auf jeden Fall einen neuen Modus geben für Star Wars. Ich denke mal am 4. Mai. Also dann, wenn der Feiertag von Star Wars sozusagen ist. Und dann kommen wir schon zu den neuen Skins im Spiel, die geleakt wurden. Wir haben irgendwie komischerweise ein Ritterthema. Also wir haben Jules zum Beispiel als Ritterin. Beziehungsweise die erinnert so ein bisschen an das Bundle mit Joker, wo wir den Style von Midas drinnen hatten. So sieht sie aus, nur in Silber. Also keine goldene Rüstung wie bei ihm. Sieht aber trotz allem ganz cool aus. Aber mich wundert es einfach, warum wir irgendwie dieses Ritterthema haben. Raptors zum Beispiel sehen richtig brutal aus. Irgendwie mit dieser goldenen Rüstung, die er hat. Dann haben wir noch den Tomatenmann mit seiner Ritterrüstung. Den Dörr Burger und den Taco. Also jeder hat quasi eine Ritterrüstung bekommen. Ist schon ein bisschen komisch, weil wir ja in der Primal Season eigentlich sind und nicht in der Ritter Season. Aber was auch interessant ist, ist, dass es einen neuen Skin gibt, der einen Bezug zu Tanara hat. Ob es ihre Schwester ist oder Mutter oder einfach eine Anführerin irgendwie aus dem Clan. Aber der Style, also der Skin sieht ziemlich cool aus, weil er verschiedene Styles hat. Mit oder ohne Knochenmaske. Das sieht schon richtig krass aus. Und dann natürlich auch noch der Crew Skin, den wir jetzt drinnen haben mit seinen drei verschiedenen Styles. Und der dritte Style sieht schon ziemlich heftig aus. Da ist er halt einfach komplett zum grünen Monster irgendwie geworden. Aber wie gesagt, der Skin ist jetzt nicht ultra Weltklasse, wie ich jetzt immer wieder sage. Aber ich finde trotz allem, dieses Crew-Paket-Bundle, was wir jetzt drinnen haben, ist schon ziemlich krass. Und zu guter Letzt bekommt auch noch Zuki. Das ist aber noch nicht in den Details drinnen. Das ist quasi noch Work in Progress. Daran wird noch gearbeitet. Aber es gibt schon ein Vorschaubild. Sie bekommt einen neuen Style, der höchstwahrscheinlich gratis werden wird. Aber wo sie ganz normal als Mensch ist. Also bevor sie quasi zum Roboter gemacht wurde. So sieht sie aus. Also noch nicht in Farbe. Aber ich denke mal, dass der Skin Premium wird. Also ich glaube, bei uns im Discord ist Zuki der absolute Lieblingsskin von den meisten. Das ist, glaube ich, mit Abstand auf Platz 1. Und wenn der neue Style quasi reinkommt. Ich glaube, das wird richtig Premium. Und dann zu allerletzt gibt es noch Gratis-Items und Styles für Maniac. Der Skin hat jetzt zwei neue Styles bekommen. Einmal mit Maske und einmal ohne Maske. Aber natürlich ohne Helm. Und dieser Skin bekommt auch einfach so ein Backbling nochmal gratis dazu. Und Spitzhacken und die Ultra Premium aussehen. Also zwei einzelne Spitzhacken. Also diese Dolche. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Wie die heißen. Die haben noch bestimmten Namen. Diese Dolche, diese Piekser. Bei Turtles, da hat doch auch einer diese Dinger. Ich glaube, der Rote. Der Rote hat, glaube ich, diese Piekser, die Gabeln, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber es ist schon ziemlich cool. Dass es halt irgendwie Gratis-Items auf einmal für diesen Skin gibt. Nicht nur einen neuen Style. Ja, aber Leute, das war das Update für heute. Wie gesagt, wenn ihr das Story-Video nicht verpassen wollt zu Raz und zu der Spire-Aufgabe, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mich supporten möchtet, zählt sie Oleg im Itemshop eintragen. Leute, danke schön. Kuss geht raus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. 안녕. Bis bald. 遊 mit dir. Bis zum nächsten Mal.